So, ich geh nochmal links. So, dann sollten wir es aber auch haben. Na, sind wir jetzt auch da. Boah, kriegen wir vier Parts. Das wollte ich gar nicht haben, aber ist doch geil. Wurscht, da fahren wir es gleich durch. So, ja, dann natürlich neben, ähm, überraschenderweise, äh, Secret of Monkey Island, natürlich der Gegenpart, Doom, brauchen wir nicht erwähnen, Doom, das Spiel des Jahrzehnts, des Jahrhunderts sogar geworden. Äh, einfach nur legendär. Ja, und dann kam so ein bisschen auf die Phase, da war ich immer schon ein bisschen, ein bisschen angefixt, äh, der JRPGs, und dann hatte ich dann dementsprechend auch einen Super Nintendo. Ich hatte tatsächlich nie einen eigenen NES. Den habe ich dann aber jetzt mittlerweile natürlich auch. Und den muss man auch haben. Das sind tolle Sachen dafür. Ja, und dann natürlich auf dem Super Nintendo die Klassiker, ne? Secret of Mana, Illusion of Time, Terranigma, äh, Secret of Evermore, wobei ich das nicht so toll fand damals. Mittlerweile finde ich es besser. Aber das fand ich nicht so spannend. Und natürlich Zelda, klar. Ja, und dadurch bin ich dann so ein bisschen auf die Nintendo-Schiene gegangen. Und da bin ich dann auch mit dem N64 geblieben. Klar, Super Mario 64, Donkey Kong 64, Banjo-Tui, Banjo-Kazooie, GoldenEye natürlich. Ein ganz starkes Ding. Eigentlich erst von Halo als Konsolenshooter überhaupt abgelöst. Bis dahin war das die absolute Referenz. Und nein, es war nicht Daikatana auf dem N64. Und derzeit fehlt es mir noch. Die PC-Version ist schon grottenschlecht. Aber die N64-Version soll, glaube ich, dann nochmal beschissener sein. Und das heißt schon was. Ja, und dann eben von der Nintendo-Schiene treu geblieben. Na, klar. Würfel. Hui. Und alles, was dazu gehört. Und irgendwann, ich glaube, es war Halo. Ich glaube, durch Halo bin ich dann irgendwie auf die Xbox gekommen. Und die PS1 musste ich damals haben. Natürlich für Final Fantasy VII. Das ich bis jetzt aktuell dreimal durchgespielt habe. Haha. Das bin ich für ein toller Typ. Ich hoffe ja mal, dass die wirklich dieses Remake, was sie davor haben, wirklich mal irgendwo releasen. Und nicht wieder irgendeinen Unsinn mitmachen. Final Fantasy VII, Castlevania Symphony of Night und Metal Gear Solid. Das waren die drei Gründe, warum ich eine PlayStation 1 haben musste. Und wir wissen ja, die PlayStation hatte ja doch sehr gute Games. Ja, dann PS2, PS3, na klar. Der übliche Weg. Und dann... Uah. Super. So, nochmal links. Komm, gehen wir rechts. Schönen, wir sind da. Gott. Ja, und dann eben, als ich dann angefangen habe zu sammeln, da ging es dann auch relativ schnell. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da immer meine halbe Wohnung mit vollstellen kann. Oder beziehungsweise jetzt habe ich ja so einen eigenen Game Room. Ein Arbeitszimmer. So, wie es total chaotisch aussieht. Das ist mal ganz klar zu sagen. Aber nur, ne? Kennt das Genie, beherrscht das Chaos. Wäre auch schwierig, wenn nicht, ne? Ja, und da muss man einfach ganz klar sagen, ähm... Wo geht's da hin? Und wie geht's da hin? Wie geht's da weiter? Tja, ist doch eine Frage. Was soll man da machen? Was soll man da tun? Und dann ging's eben... Uah, ich bin schon wieder tot. Dann ging's eben dann relativ zügig und relativ schnell. Dann gab's eben ganz schnell den Atari 2600. Dann gab's eben ganz schnell den Sega Dreamcast. Und dann gab's eben auch, ich glaube, relativ schnell, zum Beispiel auch den Sega Saturn. Hatte ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass ich den hatte. Aber... Mal mit alles mit, was man so hat. Dann kam irgendwie mal so eine Phase, das ist vielleicht für die Leute ein Tipp, ähm... Kam ich irgendwie zufällig mit, dass es vom Game & Watch Mini Classics gab von Nintendo. Bin ich irgendwie vollkommen dran vorbeigekommen. Und, äh... Ja, da hab ich dann natürlich einen Spass gemacht. Hab ich natürlich auch ein paar Spielzeuglegen mal angeschrieben, ne? Ob die noch irgendwas auf dem Lager hatten. Und das hatten sie natürlich. Weil für die waren das natürlich absolute... Ja... Absolut, äh... Verkaufsflops, äh... Für mich nicht. Mir fehlen jetzt nur noch die beiden Star Treks. Dann hab ich sogar die Collection komplett fertig. Also, das ist eigentlich... Ich sag's doch, das geht relativ schnell. Wenn ihr mal wirklich anfangen, mit sowas zu machen... Es gibt Sachen... Ihr werdet schreien, wie schnell das geht. Wie schnell man dann Intellivision hat, ein ColecoVision... Auf einmal hatte ich mal ein MSX2 wieder, Auf einmal hatte ich mal einen C-Fan 60 wieder. Da hab ich auf einmal mal einen Amiga gehabt. Atari ST und... Jetzt hab ich sogar ein Z-Ext-Spektrum. Also... Jetzt fehlen mir eigentlich nur noch Neo Geo, klar. Ein Vectrex. Den Wondersworn Sworn Crystal, den dritten. Die anderen beiden hab ich. Ja. Und dann haben wir... Was tut mir denn noch? Ich glaub, dann haben wir's so, ne? Achso, genau. Noch ein Atari 5200 und ein Atari 8. Wird also ein Atari 800. Hätte ich gern auch noch. Aber sonst... Haben wir's. Ein Amiga 32. Hm. Ist ne Frage. Würde ich wahrscheinlich auch nicht von der Bettkanne schubsen, aber... Ist der jetzt aber noch nicht. So. Wir haben es, ne? Dann will ich jetzt mal aber auch einen epischen Abspann. Den will ich auch haben. Der steht mir auch zu. Hoffe ich. Ich bin... Habst du wohl weg? So. Ich bin gespannt. Ich bin total fasziniert. Ihr seid's auch mit Sicherheit. Ende. Langsam geht er nach unten. Oh. Und lässt den Edelstein nach oben. In die Luft. Und acht wieder... Auf wieder die hervorragenden Gesichtszüge. Oh Gott. Hab ich... Oh mein... Oh. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum ich damals als Kind nicht unbedingt scharf drauf war, das durchzuspielen. Boah, ist das ein Kitschfaktor. Gibt's in jedenfalls Text? Nö. Jetzt geht's wieder zurück, oder was? Super. So, ich mach mal eben gar systematisch Licht an. Naja, die schöne Zeit des Herbstes oder des Frühwinters. Es wird immer schnell dunkel. Ja, ich möchte mich nochmal kurz bedanken für die Glückwünsche, für die Danksagungen, auch für euren Support für diesen Kanal. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungswünsche, Vorschläge, Ideen oder der Meinung sind, dass man mal den einen oder anderen Let's Player, den einen oder anderen Reviewer mal vorstellen muss, alles ab in die Kommentare. Dafür sind wir da. Und ich werde auch sicherlich noch ein paar Sachen machen mit mehr Interaktion. Ich werde euch mit Sicherheit noch irgendwo da auch involvieren. Es ist nur immer schwierig, wenn man Sachen nicht so irgendwie taggenau wieder editieren kann. Es gibt einfach Sachen, da muss man einfach sagen, klar, da geht der Job vor, weil der Job finanziert das Leben. Würde YouTube mein Leben finanzieren, würde das wahrscheinlich anders aussehen. Sonst könnte man natürlich wirklich was machen. Man lädt das hoch, ihr entscheidet dann, okay, der geht jetzt links, der geht jetzt rechts. Und dann tue ich das auch. Aber da muss man halt ein bisschen Zeit haben. Und das ist halt nur ein Wochentonus möglich. Ein Wochentonus kann ich vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen. Das habe ich gemerkt, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn ihr also ein paar Abonnenten haben wollt, auch ein bisschen in der Szene besiegen wollt, ihr müsst schon sehr, sehr aktiv Videos hochladen. Also, ich sehe das an den einen oder anderen Kollegen, den ich kenne. Wenn ihr da also mal Pausen macht, dann ist man schnell weg vom Fenster. Weil es gibt eben Leute, ich will es jetzt mal böse sagen, die haben eben doch ein bisschen mehr Zeit als Ria. Deswegen auch so auch da ein kleiner Hinweis von mir. Ja, ihr wisst ja, ich gucke auch das ein oder andere Let's Play. Und wenn ich mal irgendwie spontan nicht... Ich gehöre mal zu den Leuten, die gerne kommentieren, weil ich denke, das ist auch so ein Punkt, wenn es schon ein guter Job ist, dann soll es auch da gefälligst stehen. Wobei es ein typischer Trend ist, dass die meisten nur gucken und gar nichts machen. Es ist auch so ein komischer Trend, wenn man da irgendwie aufruft zu irgendwelchen Sachen. Es fällt besonders auf, wenn man so Videoantworten haben will. Es ist mal interessant, wer sich da immer meldet. Das sind meistens die, die sowieso schon am meisten aktiv sind. Das sind auch die, die dann Videoantworten hinkriegen. Sonst, wenn ich mich mal nicht überhaupt bemerkbar machen will, dann mache ich doch eine Videoantwort. Das ist doch nie ganz so schwer. Vor allem, das geht ja auch. Grubel die Katz. Ja, es war ganz lustig. Da hatte mir also einer zum Beispiel mal, guckt doch mal hier Videos und blablabla. Dann kommen wieder das übliche. Das ist für mich immer so ein typischer Unling. Dann guckt man auf den Kanal und sieht drei Videos. Und dann haben wir gesagt, nach dem Motto, wenn du das und das Let's Play machen willst, dann mach's mal. Und wenn du das Video hast, sag mal Bescheid, dann gucken wir das an. Ihr könnt euch das denken. Seit einem halben Jahr warte ich darauf. So funktioniert's natürlich nicht. Das mal so als kleine kritische Anmerkung. Aber sonst, die Szene ist wesentlich besser als ihr Ruf. Da lasst euch nicht erzählen. Das sind meistens immer die Leute, die aus welchen Gründen noch immer tierisch auf die Schnauze geflogen sind. Aber es ist ja allgemein so. Ihr kennt das ja auch bei Tipps, wenn irgendwas da im Internet erzählt wird. Und es verbreiten sich leider nur schlechte Nachrichten und nicht gute Nachrichten. Deswegen das mal hier. Ich möchte es jetzt auch bewenden. Ich höre jetzt mal einfach zu oft zu zocken. Jetzt haben wir auch da die 10-Minuten-Grenze wieder überschritten. Ich bin euer MrWennam1974. Ich nochmal hier für euch und aller Welt danke für die Rückwünsche. Ich werde jetzt noch diesen Tag in irgendeiner Form zelebrierend mit Familie und Co. Irgendwie verbringen. Jetzt stirbt er ja alle 2 Minuten. Ist mir auch jetzt egal. Das Spiel hat übrigens keine Pausenfunktion, habe ich gemerkt. Deswegen musste ich ein bisschen tricksen mit Cut, Uncut, Aus. Ganz toll. Weil das wollte ich jetzt nicht mit SafeStates machen. No, Quatsch. Es wird in nächster Zeit noch mit Sicherheit das ein oder andere Special kommen. Ich habe ein Halloween Special vor. Beziehungsweise, wenn ihr es schon hier seht, wisst ihr, dass das schon gelaufen ist. Das ist ja genau bescheuert. Irgendwo rennt ihr das. Es gibt ein Halloween Special. Total überraschend, ne? Habt ihr nicht mehr mit gerechnet. Es wird vielleicht ein Weihnachts Special geben. Ich habe da auch eine Idee. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Es ist noch eine Frage, ob ich das wirklich so mache oder ob ich das nicht mache. Hängt auch immer vom zeitlichen Faktor ab. Aber ich habe sicherlich noch vor, das ein oder andere zu machen. So, jetzt labere ich euch aber nicht mehr voll. Ich bin euer Mr. Venom1974. Vielen Dank für alles. Ihr seid die besten Zuschauer, die man haben kann. Lasst euch nicht von irgendwelchen Knallköppen für alles Mögliche missbrauchen. Wenn etwas euch nicht gefällt, muss man es auch nicht sehen. Ganz einfach, meine persönliche Meinung. Jetzt sehen wir uns wieder bei den normalen Videos wieder. Jetzt bin ich raus und gehe jetzt feiern und trinke vielleicht einmal in Mineralwasser. Ohne Kohlensäure. Natürlich war alles andere wär mir zu hart. Wer mich kennt, und das gibt ja der eine oder andere, es gibt ja schon Leute, die mich auch persönlich kennen. Ja, die lachen gerade. Übrigens, das ist auch noch so ein Punkt, irgendwann so ein angebliches, gestattet der Ausdruck, Fan-Treffen oder Meet & Greet oder sowas, ist mit Sicherheit irgendwie mal nicht ausgeschlossen. Da werde ich nochmal gucken, ob ich den ein oder anderen befreunden Let's Player dazu kriege, damit es nicht ganz so einzeln ist. Und dann gucken wir mal, ob wir da auch was machen können. Das aber nur so mal ganz eben auf und überhaupt. Und ich habe auch vor, das habe ich jetzt schon mal erzählt im November, ich versuche auch wieder endlich zu Gamescom zu kommen. Das klingt dieses Jahr zeitlich einfach und beruflich einfach nicht, aber da muss man hin. Und da können wir uns dann vielleicht auch mal irgendwo sehen. So, jetzt Schluss mit Gelände, Schlussende. Ich sage frohen, guten Rutsch, frohes Neues und fröhliche Weihnachten, frohe Pfingsten, frohes dann tolles Wochenende, Glückwunsch zur Heirat, zum Erstgeborenen, was auch immer. Ich bin euer Mr. Venom1974, bis zum nächsten Mal. So, nehmen wir noch diese kleine, lustige Musik mit, dieses Besinnliche und jetzt drehen wir uns um, wir drehen uns um und damit beenden wir die Folge. Tschüss.